so meine lieben guten freunde und freundinnen es ist eine neue woche und neue woche heißt neue runen für das kollektiv und diesmal sind das wieder zwei runen scheint ja irgendwie der standard gewesen zu sein jetzt die letzten wochen ja hoffentlich wird es nicht der standard für immerhin aber naja so werden die videos ja länger naja auf jeden fall haben hier die runen sovilo das ist schon mal sehr positiv und wunyo seitwärts wunyo ist die runde der harmonie der freude und seitwärts bedeutet dafür nur diese woche das liegt an uns glücklich zu sein wenn wir etwas tun diese woche dann sollte es dazu dienen uns glücklich zu machen und wenn wir etwas machen müssen was uns nicht glücklich macht dann liegt es an uns diese glückseligkeit diese harmonie diese freude aufrecht zu erhalten anstatt traurig oder depressiv oder angepisst zu sein einfach diese freude aufrecht zu halten wir sind unser eigen glückenschmied dieses tolle sprichwort das trifft und natürlich sovilo die rune der sonne der sonnenstrahl suna die göttin der sonne tut uns diese woche leiten durch diese woche geleiten uns den weg zeigen und erleuchten damit wir durch die dunkelheit finden die werden tage werden immer kürzer und auch dunkler und da hilft eben diese sonnenstrahl ruhe sovilo diese sonnenstrahl ruhe sovilo die steht auch für erfolg und ja eben diese erleuchtung erleuchtung des weges also dann hoffe ich euch hat das video gefallen und geholfen habt alle eine wunderschöne erleuchtete und glückliche woche und falls euch das video gefallen hat das gerne ein like da und abonntigen kanal falls ihr das nicht habt dann schaut was ihr keins weiter videos mehr und dann sollten es euch bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss